Wenn es jetzt zum Ticken anfängt, wirfst du es hinter dich und wir laufen weg. Es widerstrebt mir zwar, deine Methoden zu verwenden. Das ist ein historischer Moment. Und für den Fall, dass ihr irgendwann das Gefühl habt, auf Zero Brain gibt es nichts Neues, habe ich mal einen kleinen Teaser mitgebracht. Ist wieder ultra heiße Flugtechnik. Kommt von der Schweizer Luftwaffe. Ich wusste gar nicht, dass die eine haben. Das nehmen wir dann mal auseinander. Wenn ihr schon draufkommt, was es ist, könnt ihr es ja schreiben. Aber wir spielen dann wieder What's Inside, aber in gut, wie ich immer sage. Ich bin mal gespannt, ob einer draufkommt, was das ist. Längst oder quer? Ich muss es hier durchsägen, dass ich das Vorderteil komplett abziehen kann. Da steht übrigens mit Vorsicht Handhaben. Da steht druckdichtes Gerät. Also ich finde so eine Flex ist extrem vorsichtig. Ich glaube auch, das kann man gelten lassen. Sehr feinsinnig auch. Ja, passt auch zu dir. Auch immer Schutzbrille tragen, nicht vergessen. Schutzbrille, ja. Keine Handschuhe bei drehenden Geräten. Link unten in der Videobeschreibung. Und was wir drin sehen, das sehen wir zum nächsten Mal. Ui. Ich glaube, jetzt ist es, Garantie ist jetzt glaube ich abgelaufen. Ist es gesteckt? Ich habe jetzt auch gedacht, dass... Okay. Also der zugelötete Decke ist gesteckt. Was im Nachhinein fast sinnvoll erscheint. Nicht jede Öffnungsprozedur führt auch zu einer Ergebnisfindung. Ich hätte jetzt erwartet, dass das ganze Graf ist rauskommt. Ja, das hätte ich auch gedacht, dass man es dann so rauszieht. Aber das ist wohl nicht der Fall. Das war jetzt ein typischer Fall von... Ist nicht. Da kann man nicht irgendwelche Schrauben aufmachen, dass das reingeklemmt ist oder so. Weil das muss ja gebaut worden sein irgendwie. Wobei langsam habe ich den Verdacht, dass das auf die Grundplatte drauf geschraubt oder so wurde. Eine Schraube habe ich schon abgeflext. Ja, da muss man flexibel bleiben. Nein, nein, nein. Ein guter Garten. Das düngt. Und das düngt mich jetzt anders. Und er löst wieder alles mit Gewalt. Und was siehst du jetzt da? Da bräuchte man jetzt mal eine Zange. Da ist nämlich so ein Band drauf. Vielleicht ist das ja auch die Verbindung. Das ist nicht die berühmte. Es widerstrebt mir jetzt zwar, deine Methoden zu verwenden. Das ist ein historischer Moment. Hätte ich mehr von den Dingern, könnte ich ja üben, wie man es richtig macht. Embrace the power of the Beißzange oder irgendwie sowas. Das hätten wir gleich so machen können, oder? Ein Öffnungsritual. Das ist jetzt zumindest, sagen wir es mal so. Wir sind schon weiter. Das hat ein bisschen was von Bombenentschärfung. Wenn es jetzt zum Ticken anfängt, wirfst du es hinter dich und wir laufen weg. Tipp. Das ist so ein tolles Gerät. So grob. Die Beißzange ist wieder strebt mir. Man sieht ja schon, dass das Ding hier sich, das dreht sich ja schon ganz toll. Ich habe so eine Ahnung, wie das weitergeht. Ich habe auch so eine Ahnung, wie das weitergeht. Ich habe letztens so eine Konserventose gehabt, das waren diese ganz praktischen, mit diesem Aufrissding. Und das Ding ist dann glattweg abgerissen. Das sind... Und das war so ein ähnliches Erlebnis. Vielleicht wurde das Zeug hier auch so hergestellt. Schade um das schöne Gehäuse. 500 Millijoule 400 AC, was? Ja. Übrigens, das Ding ist nicht RHS-frei. Oh. Warum? Oh. Bisschen der Kriegssilber, he? Ein Kriegssilber-Neigungsschalter. Aber steht Kriegssilber auf der Liste mit drauf? Ja gut, ich glaube, da gehen wir dann doch ins Detail. Da können wir jetzt mal ins Detail gehen. Weitermachen. 15 Minuten haben wir noch. 15 Minuten haben wir noch. Ja, mehr brauche ich auch nicht. Wir haben ja schon den Teaser gemacht. Eigentlich ist ja schon alles gesagt. Wir haben einen zylindrischen schwarzen Gegenstand gezeigt. Und ihr habt alle mal geraten, was es ist. Wie ihr wahrscheinlich dem vorgelagerten Film entnehmen könnt, haben wir mal minimalinvasiv das Gehäuse geöffnet. Wir sind drin. Bin ich schon drin? Das war ja einfach. Was wir beim letzten Film schon gesehen haben, es handelt sich um einen zylindrischen Körper, der irgendwo aus der Luftfahrttechnik kommt, vermutlich, vielleicht. Das ist eigentlich bloß die Anschlusstechnik. Das hat man schon gesehen. Da sind so ganz viele Relais drauf und Kondensatoren und ganz viele Kabel und super teure Steckverbinder und noch ein paar Kondensatoren. Erstaunlicherweise hat man das mit irgendwelchen Röhrensockeln gemacht. Die waren wahrscheinlich gerade billig verfügbar oder beim Polyen gab es die dann irgendwie günstig in der Resterrampe. Das Ganze ist so ein weiches Aluminium. Lässt sich relativ gut flexen. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das hier. Das ist das Gerät, von dem wir reden. Und viele von euch sind ja schon draufgekommen, was es ist. Es ist ein Gyroskop. Ein Avionik Gyroskop. Und das Ding ist wirklich ein Wunderwerk. Also es gibt so einen Science-Fiction-Film. Ich glaube, der war mit Jodie Foster. Da waren auch immer so drehende Sachen. Contact. Contact, genau. Daran erinnert mich das, weil das ist hier nämlich so eine kardanische Aufhängung. Und wenn man da richtig reinguckt, man kann ja nicht wirklich viel sehen. Ein Gyroskop nutzt ja aus, dass rotierende Massen eine gewisse Trägheit haben und dann ihre Lage im Raum auch beibehalten. Egal, was man sonst drumherum macht. Und die rotierende Masse, die sieht man hier drin. Das ist nämlich diese Kugel hier. Also das ist eigentlich das träge Element hier in dem System. Diese goldene Kugel. Der Froschkönig hätte seine Freude dran. Die wird über einen Motor, von dem ich im Moment nicht weiß, wo der sitzt, in Bewegung gesetzt. Gehen wir mal einfach davon aus, dass es einen Motor gibt, der diese Kugel in sehr, sehr schnelle Rotation bewegt. Und wenn die sich dann bewegt, dann versucht sie im Raum ihre Lage zu behalten. Und wenn das Flugzeug sich drumherum bewegt, also so und so und wie auch immer, dann kann der Rest von dem Ding hier über diese kardanischen Aufhängungen, also die Kugel selber, ihre Lage beibehalten. Das geht über einen bestimmten Winkelsatz. Geht natürlich nicht unendlich weit, weil irgendwo muss man das ganze Kladderadatsch ja mal befestigen. Das heißt, es gibt also ein Maximal- und ein Minimalwinkel. Was bei solchen Sachen immer extrem aufwendig ist. Hier haben wir den Geber. Das ist also ein Poti, was mit dem inneren kardanischen Element verbunden ist. Man sieht hier diese Widerstandsschicht aufgewickelt. Es ist ein Widerstandsdraht, sehr, sehr sauber, sehr fein aufgewickelt. Und hier sind so gebogene Drähtchen, die schleifen an diesem Draht entlang. Und es muss natürlich alles total reibungsfrei sein, weil jede Reibung, die ich hier drin erzeuge, die würde natürlich sofort das Messergebnis verfälschen. Und deswegen war dieser ganze Zylinder auch evakuiert, also luftleer gepumpt, damit auch selbst die Luft hier da drin keinen Einfluss hat und das nicht bremst. Die letztendlich, die Nick-Neigung des Flugzeugs wird hier über dieses Poti dann abgenommen. Und man sieht, es sind keine 360 Grad, weil die sind da nicht möglich. Aber es sind schon mal irgendwie so, weiß ich nicht, 60, 90, über 90 Grad auf jeden Fall, die man da vom Poti her abnehmen kann. Was wir noch haben, auch diese Lage wird abgenommen. Das ist hier irgendwie so ein mechanisches Wunderwerk mit so einer herzförmigen Scheibe und einem Kugellager. Und hier sind noch, vielleicht ist das hier auch der Antrieb, diese Spulen oder dieser Magnet. Ich weiß es nicht. Aber auch hier ist wieder eine Poti als Abnahme für die analoge Spannung. Dieses Wunderwerk hier, das ist genial. Wie übertrage ich von einem rotierenden System parallel mehrere analoge Spannungen fehlerfrei auf ein feststehendes System? Ich nehme Kontaktzungen und kontaktiere die genau auf dem Punkt des Rotationsmittelpunktes. Das heißt, ich habe hier keinerlei Verschiebung, sondern ich habe nur eine Drehung dieser Kontakte. Drehst du es nochmal ein bisschen? Also das Gesamtgerät, dass man es hier ein bisschen von der Seite sieht, weil ich glaube, jetzt. Nein, andersrum. So, 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 so. Ja, sehr schön, sehr schön machst du das. Also der Drehpunkt ist der Kontaktpunkt. Ja, der Achsenpunkt ist der Kontaktpunkt dieses Mehrfachkontaktes. Ich hätte mit Schleifern gerechnet. Ja, aber Schleifer, wie man weiß, die schleifen sich ab im wahrsten Sinne des Wortes und das ist wahrscheinlich die minimale Belastung für eine vergoldete Kontaktstelle. Da habe ich noch nicht gesehen. Ja, super. Genial. Es gibt ja noch mehrere Sensoren, also damit sind wir noch nicht fertig. Wir haben hier zum Beispiel auch einen Sensor, den kennt vielleicht noch mancher von euch. Ich denke mal, der wird irgendwie auch eingestellt, um eine Horizontallage zu detektieren, nämlich ein Quecksilberschalter. Da ist so eine kleine Quecksilberperle drin, die schließt den Kontakt, wenn sie in einer bestimmten Lage ist. In der Mitte ist so ein dünner Draht. Ganz faszinierend. Vielleicht auch so eine, könntest du eine Stillstandserkennung oder irgend sowas? Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Das nächste Mal sehen wir das in Aktion. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Also ich glaube, in Betrieb nehmen kann man so ein Ding nicht, wenn man nicht weiß, was man tut. Du guckst, wie die Drähte und so weiter verwurschtelt sind. Das muss ja alles diesen ganzen Kräftenstand halten. Ja, das ist alles sauber verlötet. Die Lötstellen sind wieder lackiert. Wahrscheinlich als Kontrolle, dass man sie kontrolliert hat. Das könnte sein. Alle Kontaktverlötungen sind umgebogen und einmal dann verlötet, dass sie nicht auseinandergehen können. Das sieht man noch hier in den Widerständen relativ gut. Also es ist nicht einfach nur drangehalten und verlötet, sondern es wird um den Kontakt gebogen und dann erst verlötet. Wen es interessiert, da gibt es von der NASA, glaube ich, ein Guide über Lötstellen und Reparaturen, wo das erklärt ist, wie das raumfahrtechnisch zu machen ist. Da scheint mir übrigens hier so ein Motormagnet zu sein. Also da sieht man auch noch so ein paar Spulen. Also irgendwie muss ja dieser innere Kern muss ja angetrieben werden, dass der schnell rotiert. Da ist noch ein... Sieht aus wie so ein Spulen-Magnet, Elektromagnet. Ja, ich bin überzeugt, das nächste Mal bringst du das Ding nochmal in mehr Einzelteilen und dann verstehen wir das alle. Oh, wirk. Naja, auf jeden Fall, innen drin dreht sich diese Kugel und wenn sich das Flugzeug außenrum bewegt, bleibt die Kugel stehen und der Rest bewegt sich um die Kugel herum. Das träge Ding, ja. Und bedient dann quasi, um die Lage zu detektieren, die absolute Lage im Raum, diese verschiedenen Potis, die hier angebracht sind. Und für alle, die jetzt denken, sie hätten es verstanden, die dürfen mal Gimbal-Lock suchen. Und nochmal als technisches Schmankerl sieht man jetzt hier auch, alle Kontakte, die hier drin sind, müssen ja in die Außenwelt kontaktiert werden. Also nicht nur von der inneren Kugel zur äußeren kardanischen Aufhängung, sondern halt auch von dem Gesamtsystem hier zum Flugzeug. Und das findet hier in diesem Turm von Kontakten statt. Das ist eine Achse, die es mit vergoldeten Kontakten belegt und einem Sack voll Golddrähte, die da drauf schleifen. Und da wird dann quasi alles abgegriffen, was an elektrischen Größen hier innen drin erzeugt wird. In diesem Kontaktturm hier, also die Verlängerung der Hauptachse sozusagen. Drehst man noch ein bisschen? Nein, so. Also man sieht auch gar nicht, dass sich das dreht, weil das so sauber gearbeitet ist. Das muss ja auch jahrelang funktionieren und darf nicht verschleißen. Ja, das hat sich jetzt 2,50 Euro gekostet. Ja. Übrigens interessanterweise kommt dieses Gerät hier von Saab. Also die können nicht nur Autos. Haben die nicht Flugzeuge? Da bin ich jetzt... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, diese Technik kommt von Saab. Also die können auch sehr interessante Feinmechanik. Ja, und jetzt machen wir uns natürlich alle Gedanken drüber. Was mache ich mit so einem Ding? Also gut, das kann mir natürlich jetzt mal hochkomplex sagen, in welcher Lage sich mein Flugzeug gerade befindet. Ob ich horizontal fliege oder ob ich nicht horizontal fliege. Wobei man dazu sagen muss, ich muss es eichen. Also ich kriege ja keine Absolutlage, sondern immer nur eine Relativlageänderung. Ich muss irgendwann mal definitiv horizontal fliegen. Dann eiche ich dieses Gyroskop und sage, jetzt bin ich horizontal. Und von diesem Augenblick an detektiert es jede Abweichung. Wenn ich den Nickwinkel überziehe, also über diesen Messbereich hinaus, dann wandert auch das Gyroskop mit und ist verstellt. Dann muss ich wieder in die Horizontallage gehen und wieder nullen quasi. Von dem Gimbal-Lock, den ich gerade geredet habe. Da gibt es schöne Videos. Sehr aufwendig. Man findet es sogar in Apollo 13, findet man kurz einen Hinweis drauf. Wenn die einen Fehler machen, müssen sie beim Flug zum Mond die ganze... Müssen sie nochmal zum Mond fliegen. Die muss nochmal zurück, ja. Die ganze, als ich nochmal nach den Sternen neu ausrichten, weil eben dann eine Bewegungsachse mit einer Achse des Gyroskops übereinstimmt und dann ist das der Lock und dann kann man diese Bewegung nicht mehr erfassen. Das ist jetzt ein bisschen einfacher ausgedrückt, weil sie sich ein... Sie brauchen eigentlich vier Achsen, um das zu vermeiden. Sie haben sich aber nur drei gegönnt. Ich glaube, irgendwie so in der Richtung ist das. Egal, ist zum Recherchieren hochinteressant für Leute, die denken, sie hätten es schon kapiert. Ich habe es nämlich immer noch nicht kapiert. Ja, das ist ja nichts Neues. Aber manche Sachen muss man auch nicht kapieren. Die muss man sich einfach anschauen, weil die sehen toll aus. Was ich zum Beispiel faszinierend finde, ist, das Zeug ist ja so leichtgängig, wenn ich das hier nur einmal anstoße. Ich meine, das ist eine mechanische Aufhängung. Das dreht und läuft und... Irre. Einfach irre. Ich finde es toll. Das dreht im Betrieb garantiert auch mit Drehzahlen. Die sind jenseits von gut und böse, damit das natürlich auch eine Zeit lang hält. Gib doch mal Strom drauf. Ich weiß nicht wo und da gibt es so viele Stecker. Ausreden. Na gut. Ich weiß nicht, ich kenne noch Ausreden. Aber jetzt wollen wir eigentlich wissen, woher das kommt oder wofür wir uns nehmen. Ja, be ehrlich mal, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Schweiz ist nicht unbedingt bekannt als ein Land, was unheimlich viel Luftwaffe betreibt. Aber sie haben eine. Und sie haben einen Flugzeugtyp namens Hunter MK 58. Laut Internet das Rückgrat der bodennahen schweizerischen Luftwaffe. Bodennahe Luftwaffe. Bodennahe heißt das eigentlich. Sind die da schon abgestürzt? Bodennahe klingt nicht so richtig. Klingt eigentlich so, wenn man das Flugzeug gerne hätte. Egal. Das sind kleine Bomber. Nicht besonders groß. Und im Jahre 1949 gab es in den USA ein Patent. Und damit fing das Ganze an. Das Patent 2.609.729. Ich wusste, dass er es aus dem Bild wieder bewegt. Wo ist denn das Bild? Da? Genau da nicht, wo du es jetzt hingehörst. Aber wo hättest du das denn gerne noch näher? Jetzt wäre das jetzt auch was zu bewegen. Dann kriege ich da drum Bockfotzen. So redet der immer mit mir. Jetzt hat er, ja. United States Patent Office. Zum Thema Bombing Instrument for Aircraft. Also war eine Bombenidee. Schlägt ein wie eine. Man hat ja beim Flugzeug das Problem, wenn ich ein Ziel anfliege, direkt, und ich klinke die Bombe aus, dann tut die mir nicht den Gefallen, dass sie genauso weiter fliegt, wie das Flugzeug fliegt. Weil die Bombe hat ja keinen Antrieb, sondern sie fällt ja einfach nach unten und es gibt eine wunderschöne Wurfparabel. Und diese Wurfparabel ist ja von vielen Parametern abhängig. Nämlich von der Anfangsgeschwindigkeit der Bombe, von dem Winkel, in dem ich sie abwerfe, von was weiß ich nicht alles. Und da hat man immer das Problem gehabt, an welchem Punkt meines Fluges drücke ich jetzt aufs Knöpfchen, dass die Bombe das Ziel auch trifft. Und da hat man sich Gedanken gemacht, ein ganz einfaches System aufzubauen. Nämlich ein System aus ganz vielen analogen Eingangsgrößen. Juhu. Ah, das versteht quasi jeder. Das ist also alles, was im Flugzeug gemessen wird. Das ist hier zum Beispiel eine Druckdose. Diese Druckdose ermittelt im Allgemeinen die Geschwindigkeit des Flugzeugs über einen Staudruck. Oder die Höhe. Oder die Höhe oder beides oder was auch immer. Und man findet dann noch so zwei Sachen, nämlich hier diese Nummer 314. Das ist so eine Art Kreiselgyroskop. Also nicht nur so eine Art, sondern es ist ein Kreiselgyroskop. Hier ist nochmal eins. Und auch dieses Gyroskop gibt natürlich dem Gesamtsystem die Information, in welcher Lage befindet sich das Flugzeug gerade. Fliegt es horizontal? Fliegt es nicht horizontal? In welcher räumlichen Lage befinde ich mich? Und alle diese analogen Eingangsgrößen, die hier aufgezeigt sind, die werden verarbeitet. Multipliziert, dividiert. Da gibt es Formeln. Und wie man sich vorstellen kann, hat man 1949, als dieses Patent angemeldet wurde, beziehungsweise 52, als es erteilt wurde, noch nicht so das iPod dabei gehabt, um sich das mal eben schnell auszurechnen oder bei Google zu fragen. Sondern man hatte Rechner, die haben analog gearbeitet. Und ein analoger Rechner ist sehr schnell, ein bisschen ungenau, aber ausreichend. Und der macht nichts anderes, als Spannungen zu multiplizieren, zu dividieren, zu addieren. Operationsverstärker. Operationsverstärker, genau. Da kommt es her. Dafür hat man sie dann auch letztendlich gebaut. Und das Ergebnis ist dann letztendlich hier der Punkt, an dem ich die Bombe ausklinken soll. Der Apparat war in der Ursprungszeit voll mechanisch. Das geht nämlich auch. Sieht man im Patent so ein bisschen? So ist gut. So ist gut. Da brauche ich das jetzt gleich nach. Das ist ganz einfach, sieht man sofort. Das sind also mechanische Motore. In diesen Motoren sind wieder Potis, die die Spannung wieder abgreifen, um die Position zu erzeugen und so weiter und so fort. Don't tell me more. Das hat man so kompliziert. Hier sieht man, da gibt es Rollen, die über Seile gezogen werden, über mehrere Ebenen mit einer Feder. Die berechnen auch irgendwas. Also analog Computer suchen. Analog Computer mechanisch. Und weil die Schweiz ja dann doch ein bisschen besser war, obwohl die tolle Uhrwerke haben, aber die haben es dann halt auch schon elektrisch und elektronisch gemacht. Mit Röhren zuerst und nachher dann mit Transistoren. Röhren sind im Flugzeug nicht immer so toll für Riesenrechner. Vibrationstechnisch schwierig, aber man hat ja entsprechende Aufhängungen genommen. Und das ist letztendlich das, was man haben möchte. Ja, logisch. Klar. Ich habe hier ein Ziel, also in der Verlängerung dieser Linie 4. Das ist eine Gerade. Ist das jetzt eine Draufsicht oder wie? Das ist eine Seitenansicht. Ah, da ist das Flugzeug. Eine Seitenansicht des Flugzeugs, das direkt auf das Ziel zufliegt. Ja. Das Flugzeug muss das eine Weile machen, damit das System sich darauf einstellen kann. Mhm. Dann wäre das Flugzeug blöd, wenn es weiterfliegt, weil irgendwann täte es halt dann im Ziel draufknallen. Und das wäre halt Mission accomplished, aber man bräuchte halt jedes Mal ein neues Flugzeug. Das ist Kamikaze-Verfahren. Genau. Und da man das nicht möchte, dreht das Flugzeug irgendwann ab vom Ziel, fliegt diese Kurve und klingt in diesem Punkt hier, genau an diesem Punkt, die Bombe aus. Also irgendwie cool, ja. Und diese Bombe macht dann eine Wurfparabel und trifft dann bestenfalls hier unten in der Verlängerung dieser Gerade das Ziel. Der Gedanke ist schon mal cool. Und dieser Analogrechner, der muss folgende Winkel hier ausrechnen, alle die, die hier drauf sind und im Prinzip eine Zeit errechnen, an der man hier aufs Knöpfchen drückt. Also theoretisch der Autopilot bloß, das ging halt noch nicht. Der hat dem Menschen gesagt, wie er fliegen muss, damit er den Scheiß genau... Hier hat der Rechner dem Menschen gesagt, wann er aufs Knöpfchen drücken muss, dass die Bombe richtig fällt. Ist eigentlich mathematisch total komplex. Ja, aber heute macht man es halt genau andersrum. Laserpointer. Kann man machen. Eine unglaublich aufwändige Mechanik, also Mechanik plus Elektronik, die das Ganze dann ins Ziel führt. Ja, aber diese Bombe, die fällt halt. Die muss halt nur richtig fallen. Die ist billig. Die Steuerung ist teuer, aber die Bombe ist billig. Aber die Berechnung dieser ganzen Winkel und dieser ganzen Parameter, und da gehört wie gesagt die Flugzeuggeschwindigkeit mit rein und die Flugzeuglage, die macht dieser Analogrechner. Faszinierend, Mr. Spock. Ja, und eine dieser Eingangsgrößen ist dieses Gyroskop. Und weil Krieg im Allgemeinen, weil Geld keine Rolle spielt, oder war es umgekehrt? Naja, don't get me started, ja. Ist das natürlich auch entsprechend aufwendig gebaut, zuverlässig, hat jahrelang funktioniert, wie ein Schweizer Uhrwerk, obwohl es von uns abkommt. Und jetzt wisst ihr die Geschichte von diesem Gyroskop. Es ist nämlich nicht nur einfach ein Gyroskop, nein, es ist eine tödliche Waffe im Zusammenhang mit einem mit Bomben bestückten Flugzeug, wenn man den Rest von dem Analogrechner noch hat. Der Analogrechner hat übrigens ungefähr die Größe, ich glaube, von dieser Unterlage hier. Das war ja nur ein Sensor. Und wenn jemand von euch zu Hause rumstehen hat, mit einem Flugzeug dazu und das bedienen kann, bitte melden. Genau, Spenden, also Düsenjäger bitte an die entsprechende Webseite spenden. An deine, die wir nicht nennen wollen, weil mein Garten ist dann voll mit so einem Handelsüberschätten. Ja, aber du hast einen Garten. Du hast Pech. Du hast einen Dachboden. Ich habe einen Dachboden, aber der Hunter passt da nicht rein. Ja, ich glaube nicht. Ja, gut. Hawker, Hunter, kann man im Internet suchen. MK 58. Aber ich möchte nochmal zusammenfassen. Die Beißzange hat sich wieder bewährt und hat, wie sie obsiegt, gegenüber der normalen Flex. Ob ich diese Schmach jemals überwinden werde, weiß ich nicht. Also, dass ich hierher komme und mit einer Beißzange meine Elektronik aufmache. Ja. Und damit dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr Wolfgang wieder weinen sehen wollt. Ja. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank.